Meine Damen und Herren, mein Bruder, Eric Sloan, World Champion! Wer möchte nach Thailand reisen? Keine Regeln? Kein Schiri? Und die Chance, dass dein Name unvergesslich wird. Du hast ihn reingelegt. Eric wusste, worauf er sich da einlässt. Sie haben meinen Bruder in Muay Thai trainiert? Ja, richtig. Wieso haben Sie ihn gegen dieses Monster antreten lassen? Ich trainiere Menschen. Ich rate Ihnen nicht gegen wen oder wann sie kämpfen. Bereiten Sie mich auf Tong Po vor. Wenn du Angst hast, im Kampf gegen Tong Po zu sterben, bist du tot. Du musst das nicht tun. Sein Bruder war mutig. Er war ein Krieger. Mit dem Wiss ich wirklich? Untertitelung. BR 2018